Banken pleiten in den USA. Wie sicher sind die Gelder eigentlich bei uns? Wir alle kennen die Aussage, Geld auf der Bank bis 100.000 Euro ist durch die Einlagensicherung abgedeckt. Aber stimmt das wirklich? Sehen wir uns dazu die Fakten einmal an. Nehmen wir als Beispiel die Raiffeisenbank. Die BVR-Institutionssicherungs-GmbH ist die Einlagensicherung der Raiffeisenbank. Es ist übrigens eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Beschränkt auf die Einlage. Die BVR weist in ihrer Bilanzsumme 2021 immerhin ein Eigenkapital von fast 3,5 Milliarden Euro aus. Eine beeindruckende Zahl, möchte man meinen. Aber wie viele Kunden haben die Raiffeisenbanken eigentlich? 2021 waren es immerhin 18.178.000 Kunden. Damit entfallen auf jeden Kunden sage und schreibe 192,54 Euro aus diesem Topf. Und damit steht die Aussage, Einlagen unter 100.000 Euro sind sicher auf dem Prüfstand. Fakt ist, wenn das System kippt und die Banken im Domino-Effekt fallen, ist das Einlagensicherungssystem vollkommen wertlos. Apropos 100.000 Euro auf dem Bankkonto. Wenn Sie 100.000 Euro auf dem Bankkonto haben, egal ob als Firma oder als Privatperson, dann sollten Sie diese schleunigst vom Konto bekommen oder zumindest auf mehrere Konten aufteilen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Papiergeld immer zu seinem inneren Wert zurückkehrt, nämlich Null. Dadurch haben in der Vergangenheit Millionen Menschen, die auf eben dieses Papiergeld vertraut haben, ihr Vermögen verloren. Zu diesem Papiergeld gehört nun einmal Geld auf dem Bankkonto. Aber auch andere Kapitalprodukte wie zum Beispiel Lebensversicherungen. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Argentinien hat im Moment eine Inflationsrate von 100%. Wenn Sie 30 Jahre lang gespart haben, das Geld in einer Lebensversicherung oder auf dem Konto haben und wir eine solche Inflation bekämen, wäre Ihr Geld in einem Jahr nur noch die Hälfte wert. Mit der aktuellen Inflation dauert es immer 10 Jahre, bis es um die Hälfte wert ist. Sie müssen jetzt etwas tun. Bankenkrisen, eine historisch hohe Inflation, die Bedrohung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und vieles andere mehr sind gehörig. Gefahren, die unser aller Wohlstand und Vermögen bedrohen. Wenn Sie wissen wollen, welche Gefahren noch auf Ihr Vermögen lauen und vor allem, wie Sie sich dagegen schützen können, lade ich Sie zu unserem kostenfreien Online-Vortrag mit Alexander Strehbein. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder Krypto. Sie werden positiv überrascht sein, denn es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich jetzt an. Die Situation ist brenzliger denn je. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist, sondern werden Sie jetzt aktiv. Die Situation ist brenzliger denn je. Die Situation ist brenzliger denn je. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020